Genau, jede Stimme für mich ist eine Stimme für die Energiewende, für den raschen Atomausstieg, für den wirksamen Klimaschutz, Umweltthemen. Ist aber auch eine Stimme für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, ist eine Stimme für Bildung. Ich setze mich gegen Bildungsabbau ein und für starke Bildungsangebote und, wie wir es vorher gehört haben, für eine offene Gesellschaft, dass wir in unserem Land fair miteinander umgehen und dass wir längerfristige Lösungen suchen. Dafür stehen die Grünen, dafür steht die ÖBS und dafür stand auch ich. Und dank dem System der Listenverbindungen, wo wir die Schaffhausen haben, kann man ja in den linksgrünen Listenverbindungen so ein bisschen nach persönlichen Vorlieben wählen, weil die Stimmen ja alle zusammen quasi da werden in dieser Listenverbindung und darum besteht die Möglichkeit, in diesem Jahr auch die ÖBS zu wählen, ohne dass man jetzt die anderen linksgrünen Partner beschädigt.